ich habe doch kein krebs wenn ich jeden tag jeden tag rasieren würde ich das nicht kaufen wenn ich krebs hätte also freunde wisst ihr bescheid ich tue ja jeden tag rasieren das schön poliert das ich muss auch noch mal rasieren das ist gerade ein bisschen rau aber es muss schön poliert sein ihr wisst haare im moment schaffe ich im moment nicht zu wachsen und zu lassen poliert es einfach mal mit sehr besser genau heute ist es mal thema eben dass manche leute haben gewisse sorgen gemacht aber es ist so wenn ich jetzt richtig ich wollte nur sagen freunde ihr müsst euch gar keine sorgen machen so cut ihr folgt mir jetzt erst mal auf instagram youtube snapchat twitter inser verhauten freunde gibt es mal richtig gas man ich will bevor wir jetzt das 19 stadt noch mal richtig gas oder ihm ist gas geben wir zusammen geben das freunde ohne euch schaffe ich das nicht ist ein krass ist ein krass ihr habt ihr schon alles mal dieser krass 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 wie sagt kapital krass krass wissen was passiert ist nichts weil diese krass maler fahrer man das ist einfach nur krass also freunde kaut in die kacke also von dem besuch gar keine sorgen man ich habe kein krebs ist immer schön poliert man nicht immer poliert genau also schreibt mal hashtag poliert in die kommentare dass jetzt mal die meisten fans mal wissen dass es nicht krebs ist ich schaffe es einfach nicht wachsen zu lassen ich schaffe es einfach nicht ich weiß selber nicht warum ich schaffe es einfach nicht genau und schreibt man in die kommentare was ihr für ein thema weil ich will ja auch meine fans mal glücklich machen also schreibt man in die kommentare haste krasieren und in die kommentare schreiben freunde was ihr für themen wollt schreibt mir in die kommentare kann ich auch mal twitter mal posten also folgt mir natürlich auch auf twitter wisst ihr bescheid krass ihr seid einfach nur krass also freunde ich sag wieder schon reingehen aber wir sehen uns morgen freunde müsst euch ja keine sorgen mal bad ab und alles rasiert ist gar keine krankheit kein krebs gar nichts aber wenn es so aussieht freunde ihr wisst wenn ich was sagt und spaß macht dann würde ich schon längst die wahrheit sagen aber es ist die wahrheit also freunde wenn ich sagt es ist so krass dinge dann ist es auch so ich sag nicht hundertmal ist es so wenn ich will euch vielleicht zweimal verarschen ja aber freunde ich verarsche euch nicht am ende familie wenn ich sagt es ist so dann ist es auch so also es ist kein krebs ist alles frisch poliert macht euch gar keine sorgen freunde es ist wirklich frisch poliert ihr müsst euch wirklich da keine sorgen machen weil freunde wenn ich wirklich krebs hätte freunde dann ich weiß ihr seid krass ihr seid krass viele fans würden für mich geld spenden digga und sagen alberto für deine gesundheit oder keine halle freunde ihr seid krass man die müssten mir gar nichts machen ich muss euch was geben ihr seid krass man seid einfach nur krass man gerade zu kann ich nicht sagen ihr seid krass ich sag das immer ihr seid einfach nur krass spaß zu sein freunde also freunde ich sag wie du schon reingehauen wir sehen uns morgen und genau gute nacht und mehr dazu kann ich nicht sagen ihr seid krass